So liebe Kapitalisten, ja wenn das Casino bekanntlich immer gewinnt, was ist dann erst mit dem Anbieter der Software des Casinos? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und ich weiß, ich weiß, ich hatte euch ja gesagt, erstmal kein weiteres Gaming-Unternehmen mehr. Aber es handelt sich heute hier auch nicht um ein Videospiel-Software-Unternehmen wie Take-Two oder so, sondern um ein B2B-Unternehmen, welches Software lizenziert und zwar an Glücksspielbetreiber und Online-Casinos. Und da dieses Unternehmen ziemlich interessant ist und stark wächst, dachte ich mir, stelle ich es doch einfach mal hier heute auf dem Aktien mit Kopf Kanal für euch vor. Um zu wissen, wo das Unternehmen herkommt, müssen wir nach Schweden fahren und dort im Jahr 2006 gab es mehrere Typen, nämlich zum Beispiel Jan van Baer oder auch Frederik Oesterberg, die werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich kennen, die damals dieses Unternehmen halt gegründet haben. Und bereits im Jahr 2007 und 2008 konnte man mit ersten Glücksspielanbietern, wie zum Beispiel Bet at Home, die ersten B2B-Verträge schließen. Also die Software, die beispielsweise ein Glücksspielanbieter wie Bet at Home oder auch 888 und all die ganzen anderen Online-Poker-Seiten und wie sie alle heißen, die bauen sie nicht selbst, sondern die werden eben von Unternehmen wie Evolution Gaming oder auch von Playtech aus den USA hergestellt und dann in der Regel lizenziert an diese Betreiber. Das hat natürlich einen großen Vorteil für Unternehmen wie Evolution Gaming, da sie selber ja nicht als Casino-Betreiber auftreten und somit auch nicht mit den ganzen anderen Online-Seiten konkurrieren, wo es natürlich einen richtig krassen Marktkampf um die Kunden gibt. Jeder versucht bei Facebook die meisten Kunden zu werben und muss natürlich immer mehr und mehr Werbebudget investieren und dann die Leute anlocken, dass sie von einem Anbieter zum Anbieter zum anderen wechseln. Und dieses Problem hat Evolution Gaming überhaupt nicht, weil sie einfach nur die Software herstellen. Das ist also ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie wenn irgendwie so eine Goldgrube ist und alle rennen hin und wollen Gold graben und Evolution Gaming steht davor und verkauft die Schippen und Spitzhacken. Im Jahr 2009 und 2020 hat man dann ein ganz neues Feld angefangen zu beackern und seit diesen letzten elf Jahren gibt es insgesamt acht Live-Casino-Studios. Vor allem zum Beispiel auch im osteuropäischen Raum, wie zum Beispiel in Riga, wo es mehrere Standorte gibt, aber auch in anderen Staaten, auch in den USA übrigens. Und was ein Live-Casino genau ist, das werden wir gleich noch herausfinden. Und es ist jedenfalls ein ziemlich spannender und wachsender Markt. Und das Ganze wurde natürlich nochmal befeuert mit dem 2012 immer mehr in Vordergrund tretenden Mobile-Markt. Ja, vollkommen klar, je mächtiger und je leistungsfähiger unsere Smartphones wurden. Ja, dieses Smartphone ist ja mittlerweile das, keine Ahnung, tausendmal so leistungsfähig wie der erste Computer oder so. Ja, und die leistungsfähiger diese Smartphones wurden, desto einfacher konnten sie natürlich auch mit allem Möglichen umgehen. Und deswegen, wenn man jetzt zocken will online oder wetten will oder irgendwelche Live-Wetten auf Dortmund gegen Bayern machen will, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe mir das auch mal angeschaut in dieser Puls-Reportage, die ist übrigens ziemlich empfehlenswert, dass man da sogar irgendwie Live-Wetten auf einzelne Eckstöße und weiß, was ich alles abschließen kann. Also der Wahnsinn. Ja, und das ist natürlich jetzt alles im Mobile-Markt immer mehr auch im Kommen. 2015 war dann das IPO an der Nasdaq und der aktuelle Marktwert von Evolution Gaming, der ist 12,7 Milliarden Euro. Das heißt, das Unternehmen ist kein kleines Small-Cap-Unternehmen mehr, sondern tatsächlich, ja, wirklich schon ziemlich groß geworden. Der Umsatz beträgt 370 Millionen Euro im Jahr 2019 und der Gewinn beträgt 150 Millionen Euro, wobei man das eigentlich ziemlich stark vernachlässigen kann. Denn im Jahr 2020 jetzt, wo ich mich auch noch später bei der Bewertung darauf konzentrieren werde, sehen die Zahlen schon ganz anders aus. Aber kommen wir erstmal so ein bisschen jetzt zum Geschäftsmodell. Was ist eigentlich dieses Live-Casino? Nun ja, fangen wir doch erstmal mit dem ganz normalen, klassischen, stationären Casino an. Hier dem Casino Mallorca beispielsweise. Das ist also tatsächlich ein Brick-and-Mortar-Business, also ein echtes Casino, wo man reinläuft, sich, also hier in Mallorca, nicht wirklich, in anderen Orten, wie zum Beispiel in Wien oder in Salzburg. Da muss man sich schon ein bisschen besser auch ankleiden, aber in Mallorca, da könnt ihr auch mit Flip-Flops reingehen, das interessiert da keinen. Und dort könnt ihr dann die diversen Spiele, wie zum Beispiel natürlich Automatenspiele, ihr könnt aber auch Roulette spielen. Oder man kann natürlich auch in Pokern und alle möglichen anderen Glücksspiele dort betreiben. Und das ist natürlich ein Geschäftsbereich, der nicht mehr stark wächst. Im Gegenteil, der sogar eigentlich am, ja kann man sagen, ziemlich am Schrumpfen ist. Es gibt natürlich überall auf der Welt auch sehr klassische Casinos, die als Business-Modell auch nicht immer nur das Glücksspiel an sich haben, sondern in der Regel eigentlich ein größeres Geschäftsmodell haben, nämlich noch beispielsweise Services wie Restaurants, die sie betreiben. Also jedes Casino kann man eigentlich in der Regel auch ganz normal essen. Im Kings Casino in Deutschland kann man sogar umsonst essen, ja. Und aber natürlich auch noch das Hotelgewerbe, was vor allem auch in den USA ja ganz klassisch ist, dass du halt eben nicht nur ins Casino dort gehst. Das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man auch mal in den USA unterwegs ist und irgendwo im Mittleren Westen beispielsweise, wo wir ja auch immer auf die Hauptversammlung von Warren Buffett gehen. Da ist eigentlich jedes einzelne Casino, also nicht direkt in Nebraska, aber in dem Nachbarstaat, weil in Nebraska ist sozusagen Gambling verboten, aber schon im Nachbarstaat konnten wir immer viel günstiger auch dann die Hotels buchen. Und dort ist jedes Hotel immer angeschlossen an ein riesiges Casino. Und da gehen halt viele US-Amerikaner übers Wochenende, buchen sich ein, verzocken da 2.000, 3.000 Dollar oder noch mehr. Und dann, ja, haben sie einfach jede Menge Geld dort gelassen. Und das ist also das konventionelle Casino-Business. Dann gibt es natürlich noch die entsprechende Online-Variante mit all den ganzen Anbietern. Ja, ich habe jetzt mal hier zum Beispiel die Kundenliste von Evolution Gaming hier für euch eingeblendet. Das Unternehmen hat insgesamt ungefähr 300 Casino-Betreiber als Kunden seiner Software, die sie entwickeln. Und das ist natürlich daran angeschlossen auch noch der Mobile-Online-Casino-Markt. Und jetzt, wenn wir jetzt mal diese beiden Sachen kombinieren, dann haben wir das sogenannte Live-Casino. Also eine Art Hybrid aus einem klassischen Casino und der Möglichkeit, online zu spielen. Das heißt, du hast hier zum Beispiel ein Studio in Riga, wo gut aussehende Frauen und Männer stehen in richtig schönen Klamotten und dann an einem Baccarat oder Caribbean Pokertisch beispielsweise als Dealer stehen. Ja, das heißt, ihr habt direkt eine Livestream-Übertragung zu dem jeweiligen stationären Casino und könnt aber online dann darauf zugreifen und damit spielen. Das heißt, es ist eine Hybridform und diese Hybridform des Live-Casinos ist unter anderem eine Sache, die auch hier ganz, ganz, ganz spezifisch Evolution Gaming macht. Und mit einem jährlichen Wachstum von 38 Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren auch eine der am stärksten wachsenden Casino-Bereiche überhaupt ist. Evolution Gaming, also ganz klar hier drauf fokussiert, 140 Millionen Euro Umsatz haben sie ja jetzt im aktuellen letzten Quartal gemacht. Und habe ich mir nochmal angeschaut auf der Webseite, dass 65 Prozent von diesem Umsatz in der EU und Großbritannien erwirtschaftet werden, 25 Prozent in Asien und nur 10 Prozent in USA und anderen Ländern. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich nochmal, wenn wir auch bei der Bewertung uns das Ganze mal anschauen. Ja, also aber schon mal hier so als kleine Zusammenfassung, weil auch viele Leute ja immer wieder gefragt haben, Kolja, was hältst du so von Glücksspielen-Aktien wie Win Resorts und Caesars Palace und wie die alle heißen? Nun ja, man kann sich ja auch das im Rahmen der aktuellen Pandemie mal anschauen. Da ist es einfach so, dass diese Casinos zwar nicht von der Bildfläche verschwinden, aber es natürlich aktuell extrem schwer fällt, damit Geld zu verdienen, weil einfach die Nachfrage massiv eingebrochen ist. Wenn man jetzt hier auch ins Casino Mallorca geht, es ist ein absolutes Trauerspiel. Da hocken da zwei, drei Rentner rum, die vielleicht noch ein bisschen Roulette spielen. Und der Pokertisch ist noch halbwegs gut besucht, an dem das Casino aber selber sowieso nicht viel mitverdient. Und ansonsten also kein Vergleich noch zu ein oder zwei Jahren im Sommer, wo es halt richtig volle Bude war mit Party, mit DJ, wo natürlich dann auch eine gute Stimmung ist. Gute Stimmung bedeutet immer, die Leute saufen richtig viel. Und wenn die Leute viel saufen, dann rennen sie rund um die Uhr zum Geldautomaten, holen sich neue Kohle und verzocken diese wieder. Und das ist natürlich aktuell in einem stationären Casino sehr schwer. Überall sind die Trennwände, es herrscht so nie so wirklich Stimmung. Von Turnieren ist erst gar keine Rede und deswegen ist das natürlich auch an Roulette-Tischen und so weiter, wo die Leute ja richtig viel verzocken, auch nicht mehr möglich, wo dann alle immer mitfiebern und so weiter. Also all der ganze Flair, der so ein Casino auch ausmachen kann, ist natürlich aktuell auch nicht da. Und deswegen ist natürlich gerade, wenn ihr mich fragt, was heißt du von Glücksspielaktien, so ein Unternehmen natürlich viel interessanter für mich. Schauen wir uns jetzt nämlich mal die Bewertung von Evolution Gaming an, dann sehen wir, wie krass dieses Unternehmen in den letzten Jahren gewachsen ist. Durchschnittlich 50% Umsatz pro Jahr in den letzten 5 Jahren. Der Gewinn pro Aktie ist dank immer besserer Margen sogar noch stärker gewachsen und zwar um 65% pro Jahr. Die Nettogewinnmarge beträgt mittlerweile 40% und wenn man sich beispielsweise auch die Entwicklung der EBITDA-Marge alleine in den letzten 2-3 Jahren anschaut, dann sieht man, die sind hier von 42% nach oben geklettert auf mittlerweile 62%. Das Heftige ist auch, dass bei diesem Unternehmen es so ist, dass viele, viele, viele Leute, die für dieses Unternehmen arbeiten, ich glaube insgesamt an die 8000 Mitarbeiter, auch im osteuropäischen Raum angesiedelt sind, wo sie natürlich ähnlich wie beispielsweise bei den Gaming-Unternehmen in Polen vergleichsweise niedrige Löhne gezahlt werden. Der Mindestlohn ist dort halt auch viel niedriger als beispielsweise hier in Deutschland oder so und diese Unternehmen natürlich dadurch einen weiteren enormen Vorteil haben. Kommen wir jetzt zum Piotrowski-Score, der ist zwar nicht allererste Sahne, 5 von 9 Punkten, liegt daran, dass die Liquidität ein bisschen nachgelassen hat und die Verschuldungsquote insgesamt aber noch mit 35% an der gesamten Bilanzsumme absolut irgendwie verkraftbar. KUV vom Jahr 2020 ist aktuell runtergerechnet auf 23, wenn man jetzt also den aktuellen Kurs nimmt und das Ganze ins Verhältnis setzt zum erwarteten Jahresumsatz, der ungefähr so bei 500 bis 600 Millionen Euro liegen wird. Und wir uns jetzt mal anschauen, was das PEG-Ratio ist. Das PEG-Ratio ist ja das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis. Jetzt sieht es so aus, im dritten Quartal 2020 hat Evolution 79 Millionen Euro Gewinn gemacht und im selben Vorjahreszeitraum, noch vor einem Jahr, waren es nur 39 Millionen Euro. Das heißt, man hat also locker mal eben den Gewinn verdoppelt um 100%. Und das KGV letztes Jahr, was noch bei 80 war, wenn wir jetzt das Ganze teilen, 80 durch 100, haben wir einen PEG-Ratio von 0,8. Also diese Aktie ist aktuell komplett attraktiv bewertet, wenn ihr mich fragt. An sich haben wir jetzt aber natürlich noch ein paar qualitative Faktoren, die man natürlich mit berücksichtigen muss und die natürlich auch, finde ich, immer auch so ein Analyse-Video ausmachen, weil man kann natürlich immer einfach irgendwelche Powerpoint-Slides einblenden und diese rezitieren. Aber das Spannende ist natürlich auch, was gibt es noch für wichtige Sachen? Erstens, Gambling allgemein und auch Online-Gambling ist natürlich eine sehr stark regulierte Branche. Und da liegen auf der einen Seite ziemliche Risiken und auf der anderen Seite aber auch einige Chancen. Ich will ja mal einfach so auf zwei, drei Sachen eingehen. Ein Risiko, was natürlich immer da ist, ist, dass es, was die Lizenzierung der einzelnen Anbieter angeht, neue Regulierungen gibt. Da gibt es ja jetzt auch in Deutschland bald dieses neue Gesetz, dass eben auch Deutschland an sich Lizenzen vergibt an Online-Casino-Betreiber, was ja so einfach sich auch positiv auf den Markt auswirken kann. Weil jetzt ist es so, dass die beispielsweise Glücksspielanbieter sich über so einen Umweg, nämlich über Malta, eine Lizenz besorgen müssen und dann auf dieses EU-Recht beharren können, dass sie sagen, ja, wir haben ja über Malta, über die EU eine Lizenz, das zu machen. Alles noch so ein bisschen so ein grauer Markt, ja, und dadurch, durch diese neuen Regulierungen, neuen Gesetze, das ist auch so wiederum positiv, könnte es aber sein, dass einfach dadurch auch Glücksspiel mehr und mehr so diesen halb illegalen Charakter irgendwie, den es bei vielen Leuten hat, verliert und einfach ein ganz normal legales, reguliertes Business ist, ja. Das hat aber auch Nachteile. Und einen von diesen Nachteilen jetzt nicht unbedingt für Spieler, aber natürlich für die Betreiber der Seiten und wenn es natürlich den Betreibern der Seiten nicht gut geht, geht es dann im Umkehrschluss natürlich irgendwann auch Evolution nicht mehr gut, ist beispielsweise eine ganz neue Regulierung, die jetzt zum Beispiel besagt, dass jeder Spieler in Deutschland nur noch 1.000 Euro im Monat einzahlen darf. Ja, haben sie sich vielleicht von Bondora und Go & Grow abgeguckt? Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, das ist natürlich immer blöd, weil das natürlich den Umsatz und den Gewinn, was das Limit nach oben angeht, für die Betreiber der Seite begrenzt, ja. Und das ist natürlich ein massives Risiko. Ich sehe noch nicht mal unbedingt das größte Risiko, wenn ihr mich fragt, darin, dass einzelne Abstufungen oder einzelne Funktionen der Seiten irgendwie reguliert sind, so zum Beispiel, dass das und das nicht mehr verboten ist. Es ist auch in Diskussionen mit diesem neuen Gesetz beispielsweise, dass die Live-Wetten, ja, wo also Leute tatsächlich zu Hause sitzen, Chips fressen mit ihren Freunden und dann auch sagen, so, ich wette jetzt mal eben noch irgendwie auf den nächsten Eck stoßen, auf den nächsten Einwurf und aufs nächste Abseits und wer das nächste Tor schießt, dass das noch stärker reguliert werden soll oder sogar verboten werden soll. Das ist ja auch eine Sache, die wir auch im Investmentbereich immer wieder sehen. Investmentbereich, nämlich das binäre Optionen irgendwann dann auch mal verboten wurden. Das heißt, das ist natürlich immer ein Risiko, aber ich sehe vor allem ein großes Risiko auch darin, was das Marketing und die Werbung betrifft. Das sehe ich sogar eigentlich als noch größer, weil ich glaube, um so eingeschränkte Angebote und Funktionsregulierungen und so weiter, können sich die Anbieter wahrscheinlich immer ganz geschickt irgendwie herumworkarounden, wenn ihr so wollt. Aber wenn sie keine Werbung mehr machen dürfen oder wenn das stark reglementiert wird, die nicht mehr bei Facebook und bei Instagram und bei den ganzen anderen Online-Seiten und so weiter neue Spieler werben können oder bei irgendwelchen Events als Sponsor auftreten dürfen und so weiter, dann könnte das natürlich auch wirklich ein großes Problem für die Branche werden. Auf der anderen Seite wiederum muss man auch sagen, dass diese Branche natürlich auch jede Menge an Steuereinnahmen dann auch für die Staaten einbringt und ich glaube deswegen nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise zu stark reguliert werden wird. Aber man muss ganz klar festhalten, das ist ein großes Risiko, was eben diese Branche hat. Und jeder Investor, der sich hier die Frage stellt, ob man da investiert, muss natürlich ganz klar das auch immer berücksichtigen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch immer die umoralische Komponente, liebe Leute. Ja, einige von euch werden vielleicht von Anfang an sagen, ich würde niemals in ein Glücksspiel-Unternehmen investieren, weil ich unterstütze das ganze Glücksspiel nicht und so. Charlie Munger ist ja beispielsweise einer, der sich jedes Jahr auf der Hauptversammlung, wo wir da waren, immer massiv eingesetzt hat gegen Glücksspiel und gesagt hat, das muss verboten werden. Die Leute, die verzocken sich um Haus und Hof und so weiter. Nun ja, da muss jeder Investor für sich selber wie immer seine eigene moralische Flexibilität ausklammbüstern, muss also überlegen, okay, ist es für mich vertretbar, hier zu investieren, ja oder nein? Und ich will mal hier Folgendes dazu sagen, einfach mal, um so ein bisschen eine Lanze zu brechen, für Glücksspiel allgemein oder auch für andere Sachen. Ich finde solche Sachen wie Alkohol oder Konsum von Marihuana oder, dass man halt ab und zu mal zocken geht oder ein Turnier spielt oder irgendwie an Automaten oder Roulette oder was auch immer es macht, dass das die individuelle Freiheit eines jeden Einzelnen ist, zu bestimmen. Und ich habe nicht den Staat gerne, der mir vorschreibt, wie ich mein Geld auszugeben habe. Das ist meine ganz klare, hundertprozentige Meinung. Und ich finde es sogar moralisch verwerflich, mich einschränken zu wollen, zu sagen, hey, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Ja, weil das sind alles so slippery slopes, wenn ihr mich fragt. Irgendwann darfst du halt nicht mehr rauchen, du darfst auch nicht mehr trinken, du darfst kein Glücksspiel machen. Und das geht dann immer weiter und weiter, bis hin, dass manche Politiker ja schon fordern, der Zucker muss entfernt werden aus den Produkten, weil die Konsumenten irgendwann zu dumm sind, selber zu entscheiden, welche Pizza sie essen oder was. Das ist für mich definitiv nicht die Lösung. Und ich finde, der Staat hat sich hier größtflächig rauszuhalten. Und jeder Einzelne muss selber das für sich rausfinden. Und wenn man halt einfach abhängig ist, glücksspielabhängig, dann sollte man das einfach mit einem Psychologen oder mit seiner Familie oder mit wem auch immer ausmachen, aber nicht immer überall den Staat irgendwie heranziehen und sagen, hey, du musst jetzt das verbieten, damit ich nicht mehr angreifbar ist. Was ist das für eine infantile sozusagen Einschätzung? Von daher, was diese moralische Komponente betrifft, die ist jetzt für mich jetzt hier nicht gegeben, aber das muss jeder Investor, wie gesagt, immer für sich selber definieren. Aber jemand, für den das nicht geeignet ist, der wird wahrscheinlich dieses Video auch gar nicht mehr anschauen. Ein anderes Risiko, was ich aber auch noch sagen wollte, ist ganz klar, das ist ein ausländisches Unternehmen, alle deutschen Investoren beispielsweise, immer, immer, immer unbedingt berücksichtigen, dass bei so einem Wert auch der Spread etwas höher sein kann. Ihr könnt aber auch in den einzelnen Börsen immer jeweils zu dem Zeitpunkt, wo man sowas kaufen will, das ist jetzt keine Anlageempfehlung, es gilt für jede ausländische Aktie, dann müsst ihr immer euch die Spreads anschauen. Ich habe ja mit Richie neulich auch ein Video dazu gemacht. Ich habe jetzt gesehen, an manchen deutschen Börsen ist der Spread bis zu 4%. Bei anderen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Tradegate oder Lang & Schwarz war ja so um die 1%, also da geht das noch. Aber das ist natürlich ganz wichtig, die Spanne zwischen Kurs, zwischen Geld und Briefkurs, die sollte halt nicht zu hoch sein, sonst kommt ihr halt gleich mit einem Verlust erstmal ins Investment rein und das ist natürlich immer blöd und dann, wenn man das Ganze verkaufen will, natürlich schon wieder. Ansonsten haben wir natürlich noch die anderen Konkurrenten, wie zum Beispiel Playtech, die hier auch mitmischen und NetEnt und das ist nochmal ein anderes interessantes Thema und zwar NetEnt ist ja auch ein Anbieter von dieser Software, auch aus Schweden und hier hat jetzt Evolution Gaming ein Übernahmeangebot getätigt, bereits im Juni, welches aber noch nicht komplett durchgegangen ist, also die Aktionäre von NetEnt müssen noch zustimmen und wenn das tatsächlich durchgehen sollte, ja, diese Unternehmen würden sich tatsächlich sehr komplementär ergänzen, gerade was das Angebot an unterschiedlichen Spielen angeht, ist es nämlich so, dass viele Sachen, die NetEnt hier im Angebot hat, eben Evolution noch nicht hat. Das heißt, die würden sich tatsächlich gut ergänzen und vor allem, weil NetEnt auch schon den Fuß in die Tür, vor allem im US-Markt hat, könnte man dann nach und nach in den USA, wo ja auch immer mehr Regulierungen dafür sorgen, dass Glücksspiel wieder erlaubt ist oder dass das Online-Glücksspiel mehr und mehr erlaubt wird, weil in den USA werdet ihr vielleicht auch feststellen, wenn man selber mal in den USA irgendwie unterwegs ist und vielleicht selber auf irgendeiner Online-Gaming-Seite mal war, dass man auf einmal gar nicht mehr zugreifen kann, weil dort sehr viel verboten ist, dann wäre natürlich das die perfekte Ergänzung für Evolution Gaming, um eben auch Playtech, den etwas größeren Player hier richtig anzugreifen. Aber natürlich, ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, so eine Übernahme bzw. Merger hat natürlich auch immer potenzielle Risiken. Ich sehe hier allerdings tatsächlich mehr Vorteile als Risiken. Aber was ein weiteres vor allem auch Kursrisiko ist, ist natürlich, dass zum Beispiel die Übernahme jetzt scheitert und dann beispielsweise auch sowohl Evolution Gaming als auch NetEnt beispielsweise so ein bisschen Kursfantasie wieder verlieren und wieder auch stark nach unten korrigieren können. Das alles gesagt, wenn man jetzt sich mal das gesamte Unternehmen, das Business-Modell, die Branche und das alles anschaut und jetzt vor allem, was mich angeht, dieses Live-Casino hier anschaut, dann kann man nur sagen, der Gesamtmarkt, was das betrifft, wächst einfach. Wenn ich einen insgesamt wachsenden Markt habe mit einem stark wachsenden Unternehmen, welches attraktiv bepreist ist, dann kann ich nur sagen, lautet mein Fazit bei, finde ich dieses Unternehmen aktuell kaufenswert. Vor allem dann, wenn ich es vergleiche mit anderen Unternehmen, die eben in diesem Bereich arbeiten, die aber mit massiven Problemen aktuell zu kämpfen haben. Ja, das war meine Analyse zu Evolution Gaming. Ich bin gespannt, was du von der Aktie hältst. Vielleicht hast du da sogar schon ein paar Aktien im Depot, vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du dir auch, ich hasse Glücksspiel und ich würde da niemals investieren. Ist ja auch vollkommen okay. Soll jeder machen, so wie er will. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video und der nächsten Analyse. Vergiss auf jeden Fall nicht, den Aktien-mit-Kopf-Kanal zu abonnieren. Und bis nächstes Mal, rationale Grüße. Ciao, ciao. Ciao.